Kippst du, du wolltest einfach nur mal ordentlich auf den Tisch hauen. Ich muss mir gerade so einen Spruch verkneifen. Fürs Team. Der war gut. Weißt du, wann ich das nächste Mal Wochenende habe? Nächste Woche Freitag. Nee, das nicht. Darum geht es nicht. Ich fahre beide Tage durch. Ich habe Samstag und Sonntag. Ich habe zwölf Tage am Ende, wenn ich die Woche rum habe. Nächste Woche. Möchtest du das eigentlich immer noch Spaß machen? Durch auch schon. Also ja, momentan ist es halt einfach Leute-Situation. Es ist einfach keiner da. Theoretisch macht es mir Spaß, natürlich. Ja, man verdient ja auch gut. Momentan zumindest. Also ich hatte jetzt letzten Monat fast 2,8 netto. Ich habe auch einen Scheiß-Orientierungs-Sinn. Ich habe auch einen Scheiß-Orientierungs-Sinn. Ich habe jetzt einen Kollegen bei mir zum Beispiel, der hat geworben, der hat nichts gehabt. Der macht jetzt das Auto erst und dann macht der Bus hinterher. Rück zur Bombe vor und entschärftet sie. Ja. Ich wollte es jetzt durchfauen. Also, ich gehe mal weg. Es wird erst... Jo. Ich gehe mal weg. Gibt es hier nicht mal irgendwas zum reinhauen? Zum reinfüßen? Kein Bohren, kein Holz, kein gar nichts? Ich gehe mal weg. Ich gehe mal weg. Ganz ruhig. Ich gehe mal weg. Ich gehe mal weg. Ne, 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 der ist da. ein gegner verbleibt der hat man an der bombe ist der hat mich weg ja was ich kann ich nicht treffen und du mich oder was das ist Gut. Zwei hat es ja noch. Ehe muss ich mir die noch verkneifen, jetzt muss der raus. Okay, hätte auch geklappt. Entschuldigung. Entschuldigung. Einsatz in 5 Sekunden. Rück zur Bombe fuhr und entschärft. In 5 Sekunden. 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 Hier ist man auf jeden Fall. In 5 Sekunden. Oben oder unten? Unten. Dann bleiben wir am Fenster. Hell eingesetzt. Hier sind jetzt alle in den Leeren raus. Hack-Vorgang. Ressource erlangt. Hack-Vorgang eingeleitet. Ja, hier... Hier ist... Hier ist nix mit, wirklich, weil ich hab kein Holzboden und so. Ziel lokalisiert. Er ist geschossen. Klass wurde deaktiviert. Ich würde so gerne weitermachen, ob ich so weiterfühse. Ich hab noch ein bisschen was, aber... Hier ist nicht so wirklich. Zehn Sekunden übrig. Zehn Sekunden übrig. Ja, hier ist Hanni bei dir neben... Fünf Sekunden übrig. Fünf Sekunden übrig. Das Zeitlimit ist erreicht. Tschüss. Hi Jury. Nah-ка... Hansseiger Post. Hansseiger Post. Hm. Mein Name sagt mich. Hm. 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 Fauch zu Hause ist das so wohnen. Hey, der Rauch wieder... Oh doch, man, ich muss doch noch nicht mit dem Mosen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vorsicht, Halt geht auf. Kommen wir von uns. 5 Sekunden. Überwachung der Bomben verstärken. Der Gegner hat einen Entschärfer. Meh. Die Gegner haben eine Bombe gefunden. Ich bin verteidigt gewesen. Zudachssperre angebracht. Soll sie nur kommen. Halt gelegt. Sicherungsabstand heißen. Halt gelegt. Sicherungsabstand heißen. Halt gelegt. Halt gelegt. Halt gelegt. Halt gelegt. Halt gelegt. Hier vorne. Zwei weniger. Halt gelegt. Halt gelegt. Halt gelegt. Halt gelegt. går. Halt gelegt. 15 Sekunden noch. 10 Sekunden noch. Es bleiben noch 5 Sekunden. ja Nö, ich löse das Ganze. Das ist halt ein guter... Das ist... Ich wollte gerade sagen, ich geh halt gegen. Hallo Katze. Geht doch auch so. Gib auch den Riech an. Bin hin zu ihr Sack. Geht mal rein. 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 Nur noch 10 Sekunden. Sorge für Ablenkung. Nur noch 5 Sekunden. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend klar. Das Bombe vom Gegner entdeckt. 8 Redaktion undmotiv wäre kurz grade drauf. Ja. Geht mal rein. Sensor eingeschaltet. Such nach Elektronik. Freundliche Geräte gepinkt. Sensor eingeschaltet. Mal sehen, was ich finde. Der Sensor braucht eine Pause. Speck your Sensor im Suchmodus. Sensor eingeschaltet. Mal sehen, was ich finde. Ah, wir sind hier. Ein Gegner verbleibt. Spannende Geräte. Spannende Geräte. unter e-sports pro auf den letzten platz was ist da los jetzt mal ganz ein bisschen zurückgehalten und